Hallo zusammen! Nachdem das erste Video so weit ja ganz gut angekommen ist, dachte ich mir, ich könnte dann doch mal was hinterher schieben und habe mir jetzt überlegt, ein paar kleinere Get to know me Videos zu machen und zwar einfach in dem Zug, um mich, Gen Care so ein kleines bisschen kennenzulernen und mehr oder weniger so in Bezug jetzt auf das erste Video dachte ich mir, ich fange einfach mal mit dem Werdegang meiner Haare und meiner Frisuren an und habe da eine kleine Fotostrecke für euch vorbereitet. Wollt euch im Endeffekt mal zeigen, wie ich mich über die letzten Jahre ab 2006 bis heute so verändert habe, wie sich die Längen verändert haben, die Farbe und so weiter, damit ihr ein bisschen was von mir sehen könnt. Vielleicht so als erste Kleinigkeiten, so über mich. Ich bin 27 Jahre alt, sprich 1987, im Januar geboren, sprich Steinbock. Ich bin in Heilbronn, das liegt 50 Kilometer nördlich von Stuttgart, das heißt im schönen Baden-Württemberg geboren und auch dort in der Region aufgewachsen. Demnach könnt ihr euch sehr gut vorstellen. Ich klinge normalerweise vielleicht ein wenig anders, also ich habe natürlich auch so mein Dialekt. Da wir in Heilbronn so ein kleines Dreiländereck sind, das ist so eine Mischung, was Badisch, Schwäbisch und Fränkisch, je nachdem in welcher Ecke man sich gerade so aufhält, klingt man mal mehr nach dem, mal mehr nach dem. Ja, was kann ich sonst sagen? Ich habe dort mein Abitur gemacht, habe in Stuttgart die Ausbildung zur pharmazeutisch-technischen assistenten gemacht. Das wird vielleicht auch noch Thema von einigen anderen Videos werden. Das sehen wir noch im Laufe der Zeit. Ja, und ansonsten dürft ihr euch jetzt mal die Fotostrecke anschauen und wir sehen uns nach der Fotostrecke für einen kurzen Kommentar dann nochmal wieder. Danke, bis gleich! Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020